ja ich weiß gar nicht wann ich dann hochladen wollte ich habe jetzt die webcam genommen es ist früher am tag ja wir haben heute das 14 ich nehme das jetzt mit der blöden ich habe es ist viel zu früh ich habe kregelte so früh ja ich dachte ich pack das mal so aus kann man ja auch machen ja auch deswegen auch die miserablen qualität bei wettkäppen ja ganz feines haben wir da meine neuen hausschuhe ja warum ich sie gekauft hat wenn es feines ist der meinung ist das bildschlecht das egal wie kann ich da rein mit meine dreck mit meinen großen füße da kann ich genau rein er lenkt mich doch im arsch fantastisch fantastisch die sind flauschig und weich und dieser emoji ist geil oder meine fresse fantastisch das war es eigentlich schon mini ist auch wach also halbwegs in diesem sinne